ja jetzt sind wir wieder zurück aber ich würd nur sagen er wollte euch sagen willkommen bei gta 5 online heute zum ersten mal noch jungfräulich der hooker richtig er kann das noch nicht richtig aussprechen aber das wird schon eine sprache hapert noch ein bisschen wir fahren jetzt gerade audi oder wie das aussieht das ist doch keine was soll das sein das ist volvo volvo das könnte auch brauchen die seien sie sich jetzt gerade so an den am leben kann auch sein ameise 23 oder ich schätze ameisen etwas das für eine geile hütte da dass das haus kaufen auskaufen wir müssen nur erst mal geld verdienen dass wir was kaufen können recht aber kürzlich noch mal angucken ach wir sind ja gar nicht bei online ach ja stimmt wir machen ja heute mission mission müssen wir sind mission hook und sub mission hook so gut so gut ja okay aber ich würde gerne erstmal motorrad fahren aber ich glaube so wie ich ich fahre irgendwie von der stadt raus anstatt rein irgendwie ich glaube du fährst in die stadt rein ich war in die stadt rein ja ok dann fahr ich mal ganz spontan andersrum du fährst halt andersrum rein rückwärts raus du kannst ja auch vielleicht da ist die stadt da unten oder genau genau mal gucken was ich so ein audi wie der sich so querfelder rein hält jawoll wir fahren einfach mal den lichtern zu den lichtern hin und das ist glaube ich nicht gut immer wenn man zu den lichtern fährt dann kommt man am ende des tunnels wieder raus ne ja aber irgendwann ist auch mit dem tunnel hatten wir auch mal an das war wieder der special trick wie man einfach kurz wenden kann ja ja das ist immer gut also ich bin richtig froh dass das ein spiel ist hier kann man seinen wallungen richtig freien lauf lassen jetzt red man nicht so geschwollen ich bin voll verschwollen und deine finger her muss dazu sagen er hat gestern die ganze nacht gezockt deswegen sind seine finger ein bisschen angesprochen und das tut ihm heute ein bisschen weh aber aber wir wechseln uns ja gleich auch ab mit dem spielen weil einer muss ja spielen können was ist da los was ist denn da gibt es panzer da gibt es ja das ist du bist irgendwie bist du da reingekommen weiß ich bin einfach reingefahren andere richtungen musst du wieder krass er kommt dann einfach in die kaserne war da kein tor oder so ja doch was denn das habe ich ja kaputt gefahren ja da stehen irgendwo panzer rum ich wollte hier eigentlich nicht rausfahren ich wollte eigentlich mal so chillig fahren aber irgendwie ich glaube wenn ich hier aufsteige halt aus dem scheißwagen jetzt glaube ich kann hier raus ja du kriegst die vier sterne glaube ich eh nicht mehr weg ich wundern sowieso dass du noch so lange am leben bist ja das wäre der knaller gewesen gleich in der ersten folge im panzer ich glaube es ist für mich momentan gelaufen ja es läuft momentan für ihn ok jungs wir machen jetzt ende ne bis zum nächsten mal bis in zwei minuten euer hooker und euer mr sudbrack macht's gut und danke fürs zugucken beni wir Vamos reducing Mmmm .家 PSAKI